Renten sinken Anfang 2024, weil der Zusatzbeitrag in der KV wieder steigt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbestand24.de. Meine Damen und Herren, ich steige hier schon mal gleich voll in die neuesten Nachrichten ein. Und zwar hat unser lieber Gesundheitsminister Karl Lauterbach höhere Zusatzbeiträge für die GKV angekündigt. Das sind also nicht die höheren Zusatzbeiträge, die jetzt schon im Jahr 2023 erhöht wurden. Ich glaube, die gelten ja dann ab 1.04.2023, sondern das sind die Zusatzbeiträge, die ab dem Jahr 2024 gelten sollen. Und zwar hat unser lieber Gesundheitsminister Lauterbach am Donnerstag, den 7.09.2023 auf x ehemals Twitter gepostet. Ich zeige es Ihnen mal. Hier ist es, meine Damen und Herren. Ich mache das auch mal ein bisschen größer, dass Sie das mal schön sehen können. Ja, da sehen wir den Lauterbach in einem Hubschrauber, wie er da so beim Rettungswesen mit dabei ist. Und Reformvorschläge wahrscheinlich umsetzen möchte oder sich ja ausdenken möchte. Und hier unten drunter ist sozusagen ein Tweet. Und da steht folgendes von Karl Lauterbach, 7. September. Der Zusatzbeitrag wird wahrscheinlich für einen Durchschnittsbürger um 3 Euro pro Monat steigen. Dafür bekommen wir bessere Medikamente, modernerer Technologie, mehr Spezialisierung im Krankenhaus, mehr Digitalisierung. Das muss es uns wert sein. Ja, Herr Lauterbach, das ist ja alles gut und schön. Aber für unsere Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2024 hat die nochmalige Erhöhung des Zusatzbeitrags in der Bandbreite von 0,2 Prozentpunkte bis 0,4 Prozentpunkte. Aber auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fatale Auswirkungen. Das heißt also, die Netto-Renten werden im Jahr 2024, je nachdem wann dieser Zusatzbeitrag dann auch tatsächlich rechtskräftig wird, sinken. Auch wenn es nur um 3 Euro sind, wie Sie ja hier feststellen oder wie auch immer. Aber auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wird es dann weniger Einkommen geben. Das ist die Konsequenz Ihrer Ankündigung. Das heißt also, wenn wir 0,2 Prozentpunkte mehr Zusatzbeitrag haben, dann haben wir einen bundeseinheitlichen Zusatzbeitragssatz für alle Krankenkassen von 1,8 Prozent. Aktuell im Jahr 2023 sind es glaube ich 1,6 Prozent. Bundeseinheitlicher Zusatzbeitrag, der ist natürlich von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Wenn wir 0,4 Prozent haben, liegen wir dann glatt bei 2,0 Prozent. Meine Damen und Herren, das ist eine Preisspirale. Und Herr Lauterbach, Sie können eigentlich im Grunde genommen doch eins sagen. Die Preisspirale wird jedes Jahr weitergehen. Wir werden jedes Jahr, das wird so weitergehen, einen Anstieg der Zusatzbeiträge haben bis zum Sankt Nimmer, bis wir sozusagen irgendwann mal bei 10 Prozent Zusatzbeitrag sind. Ja, was ist denn das für eine Logik, meine Damen und Herren? Was wir in Deutschland brauchen, das wissen wir nun alle. Wir brauchen endlich eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung, in die alle Menschen in Deutschland einzahlen. Dann hätten wir möglicherweise nicht solche Beitragsprobleme oder Finanzierungsprobleme in der GKV. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir uns hier mal vor Augen halten sollten, dass wir hier möglicherweise viel, viel Geld verlieren, weil zu wenig Beitragszahler in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen. Meine Damen und Herren, ich kann nur so viel sagen, liebe Rentnerinnen und Rentner, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sie werden nächstes Jahr durch die Erhöhung des Zusatzbeitrags, auch wenn es nur drei Euro sind im Monat, einen Nettoeinkommensverlust erleiden. Das heißt also, bei den Rentnerinnen und Rentnern wird es weniger Rente geben und bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird es weniger Nettolöhne geben. Das ist dann die Konsequenz dieser Entwicklung, die uns hier Herr Lauterbach am 7.09.2023 frühwarm in Twitter oder jetzt X präsentiert hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel wieder rauskühlen. Was ist die Tür für das? Was ist die Tür für das? Untertitelung des ZDF, 2020